Eine neue Ausgabe SWR ins Leut. Ich begrüße herzlich Sandra Navidi. Einen schönen guten Morgen. Dankeschön, Frau Köster. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sie haben viel zu sagen. Sie sind sehr vielseitig. Sie sind Finanzexpertin, Sie sind Unternehmerin, Sie sind Publizistin, Rechtsanwältin, berichten seit 20 Jahren von der Wall Street. Und jetzt sind Sie aus München-Gladbach gekommen. Das heißt, Deutschland ist immer noch ein Stück Heimat, oder? Ja, im Grunde genommen, wenn man zwischen den Welten lebt, dann ist man an beiden Orten zu Hause, aber man hat auch sein Herz in beiden Orten. Und von daher, je länger man von zu Hause weg ist eigentlich, desto mehr wächst es einem wieder ins Herz. Sie haben mal gesagt, in den USA konnte ich mich entfalten mehr als in Deutschland. Woran haben Sie das festgemacht? Das ist einfach eine Vermutung. Ich habe hier vor 20 Jahren bei Die Leute und Tusch gearbeitet. Das ist eine Wirtschaftsberatungsgesellschaft. Und damals waren von 30 Partnern eine Frau. Und ich glaube, dass es einfach auch zu dem Zeitpunkt noch schwerer war, für Frauen aufzusteigen und auch flexiblere Karrierewechsel vorzunehmen, wie ich das in New York gemacht habe. Da herrscht einfach eine weniger Sicherheit, aber man hat auch mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Wobei Sie in der Finanzwelt aktuell immer noch als Ausnahmeerscheinung beschrieben werden. Ist das denn tatsächlich noch so? In der Tat muss man leider sagen, dass sich auch in den letzten Jahren noch relativ wenig getan hat. Scheinbar hat es sich etwas verbessert. Es sind mehr Frauen vertreten, aber insbesondere auf dem Eintrittslevel, also auf niedrigeren Hierarchiestufen. Und je höher man kommt, desto mehr Männer sind vorhanden. Wie ist es denn bei Ihnen als Finanzexpertin? Am Morgen der erste Blick. Geht der auf die internationalen Finanzmärkte? Absolut. Ich bin ein News-Junkie. Das ist in der Tat das Erste, was ich mache. Aber im Grunde genommen alles. Politik war natürlich sehr wichtig. Hat immer auch einen Rückkopplungseffekt auf die Finanzmärkte. Also alles, was damit zu tun hat. Jetzt in letzter Zeit natürlich auch die Klimakrise, die auch wirtschaftliche Konsequenzen hat. Ja, die Kolleginnen und Kollegen hier auf dem Flur riefen mir eben gleich zu. Ja, frag Sie unbedingt nach den ultimativen Anlagetipps. Ich könnte mir vorstellen, diese Frage kriegen Sie permanent, oder? Ja, ich glaube, es kommt darauf an, was für eine Art von Anleger man ist. Ist man Privatanleger, institutionell? Hat man einen kurzen, langen Horizont? Hat man sehr viel Geld, was man anlegen kann? Oder ist man kurzfristig gebunden? Also man hat nur ein begrenztes Budget. Will man anlegen oder in der Tat spekulieren? Deswegen kann man diese Frage eigentlich nie so per se beantworten. Da haben Sie sich jetzt geschickt rausgewunden. Sie haben ja eine Strategieberatungsfirma gegründet. Was war für Sie der Anlass, genau so ein Unternehmen zu gründen? Das hat sich organisch ergeben. Ich hatte immer schon den Drang, in mir selbstständig sein zu wollen. Es gibt ja nie den perfekten Zeitpunkt. Ich war in New York auch etwas risikoavers. Und als ich dann mit dem Makroökonom Nouriel Roubini zusammengearbeitet habe, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, habe ich eben gedacht, okay, hier sind deine Aufstiegsmöglichkeiten begrenzt. Und dieses Bedürfnis, mich selbstständig zu machen, wurde immer größer. Alle haben mir abgeraten. Alle haben gesagt, jetzt ist noch Finanzkrise. Es ist sehr schwer. Sie war gerade auch in Europa auf dem Höhepunkt. Aber ich hatte einige Jobangebote und habe dann diese potenziellen Arbeitgeber gefragt, wenn ich mich selbstständig machen würde, ob sie diese Dinge an mich outsourcen würden. Und somit habe ich mich dann auch direkt mit einer Handvoll Kunden selbstständig machen können. Sandra Navidi in SW1-Leute, Rechtsanwältin, Finanzexpertin. Seit 20 Jahren berichten Sie von der Wall Street. Die Wall Street liegt in unmittelbarer Nähe des World Trade Centers. Damals vor 20 Jahren waren Sie gerade nach New York gekommen. Und dann passierten am 11. September die Terroranschläge. Wie erinnern Sie sich an diesen Tag? Es war eigentlich ein wunderschöner Tag. So schön, dass ich morgens zur Arbeit gegangen bin. Ganz idyllisch. Ich war mit Deutschland am Telefon, als der erste Tower getroffen wurde. Ich war, um das hinzuzufügen, in Midtown, was eigentlich wirklich in der Mitte der Stadt ist, wo viele Finanzfirmen ansässig sind. Also nicht unmittelbar geografisch an den Türmen, aber sehr nah dabei. Also nicht allzu weit davon. Und ja, das war so ein katastrophales Ereignis. Das konnte man eigentlich gar nicht begreifen. Wir haben dann das Zusammenstürzen des zweiten Turms im Fernsehen betrachtet. Und dann war die Stadt sofort im Ausnahmezustand. Alle sind sofort zu Fuß nach Hause gegangen. Die Supermärkte waren sofort, alles Wasser war weg. Die Geldautomaten funktionierten nicht mehr. Und es war ein sehr, ja, schlimmes Ereignis. Das heißt, Sie haben das Büro dann auch verlassen? Oder sind Sie erst mal dort geblieben, um in Sicherheit zu sein? Wie sind Sie vorgegangen? Ich war ja gerade neu dort. Und mein Chef hat gesagt, der war übrigens auch Deutscher, nein, wir müssen für unsere Kunden hier bleiben und wir müssen alles regeln. Im Grunde genommen, was ich daraus gelernt habe, wenn in einem Hochhaus ein Ereignis eintritt oder überhaupt ein katastrophales Ereignis, soll man rausgehen. So schnell wie möglich, auch wenn es Stromausfall ist oder was auch immer. Also ich bin eigentlich, ich habe zu lange ausgeharrt. Und als ich dann nach Hause gegangen bin, dann war schon, hat man schon gesehen, wie sich die Stadt geleert hat und wie die Panik unter den Menschen regiert hat. Ja, das war vermutlich auch ein Hochhaus, in dem Sie saßen und gearbeitet haben. Da kommt doch wahrscheinlich auch eine Angst hoch. Ja, ich glaube, das war aber so schlimm, das Ereignis, dass man so eine mentale Paralyse hat. Man wusste gar nicht, wie man überhaupt damit umgehen sollte. Das war ja auch noch nie passiert, dass die USA auf ihrem eigenen Boden angegriffen worden war und auch, dass die World Trade Center in sich zusammengeklappt sind. Das konnte man kaum begreifen. Ähnlich wird es die Katastrophe im Ruhrtal. Das braucht ja eigentlich, bis das Gehirn das verarbeiten kann. Also von daher und auch die nachfolgenden Tage war man eigentlich immer noch so in dieser Notfallstimmung. Sie waren dort auch noch in der Ankommensphase. Haben Sie es bereut? Ich bin erst mal gar nicht dazu gekommen, groß darüber nachzudenken. Man musste erst mal die Dimensionen auch verstehen. Die Märkte sind zusammengebrochen. Der Tätigkeitsbereich meiner Arbeit hat sich verändert. Genau das, wofür ich in die Stadt gekommen bin, das musste dann angepasst werden. Aber im Grunde genommen, man war so beschäftigt, was eigentlich auch gut ist, dass man abgelenkt war und gar nicht groß drüber nachdenken konnte. Im Nachhinein würde ich sagen, ich habe es nicht bereut. Aber als sich dann alles wieder beruhigt hat mit der Zeit, dann kam die große Finanzkrise. Und jetzt dann wieder ein Jahrzehnt später Corona. Ja, da schossen dann erst mal die Preise für Gold und Rohöl in die Höhe. Und die nachhaltigen Auswirkungen auf die Aktienmärkte, hat es die nach den Terroranschlägen genauso gegeben, wie es dann manche Experten vorhergesagt haben? Ja, also man kann sagen, da wurde schon ein Grundstein gelegt. Aber so richtig der Grundstein gelegt wurde nach der Finanzkrise, weil da die Geldschleusen völlig geöffnet wurden und da auch die große Umverteilung nach oben anfing. Und auch zugunsten der großen Finanzkonzerne auch. Und die Ungleichheit ist seitdem die soziale, gesellschaftliche, wirtschaftliche Extrem angestiegen. Sandra Navidi, seit 20 Jahren leben Sie in den USA. Sie haben dort auch eine preisgekrönte Dokumentation gemacht für NTV und haben dort unter anderem über die Spaltung der Gesellschaft berichtet. Woran haben Sie die festgemacht? Ich habe einmal interviewt Menschen, die Superhubs sind, also die Menschen, die ich mal im ersten Buch porträtiert habe, die Chefs an der Wall Street, Unternehmenslenker. Und dann aber auch Menschen, die am anderen Ende des Spektrums leben, also Niedrigverdiener, die irgendwelche Jobs, also mehrere Jobs machen müssen, um über die Runden zu kommen. Und im Grunde genommen war das zum Teil grotesk und wie Satire, wie sich Menschen, denen es eigentlich besonders schlecht ging, sich für Donald Trump stark gemacht haben, obwohl zum Beispiel seine Steuerreform hauptsächlich den Wohlhabenden zugute kommt. Und da konnte man ganz stark dieses Tribal-Element, wie man in Amerika sagt, also dieses Stammesdenken. Donald Trump gehört zu meinem Stamm, mit dem kann ich mich identifizieren, auch wenn das ein völliger Fehlglaube war. Also das war für mich auch nochmal sehr aufschlussreich, auch weil ich in Gebiete gereist bin, bei denen ich normalerweise nie gewesen bin und nie gekommen wäre und gesehen habe, wie Menschen dort zum Teil leben, was im Fernsehen gar nicht abbildbar ist, war wirklich schockierend. Offenbar hat es Donald Trump verstanden, diese Menschen zu erreichen. Wie hat er das geschafft? Nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass er 20 Jahre Reality-Star war. Da kam er sehr sympathisch und sehr erfolgreich rüber. Denn wenn er eins kann, ist es sich in den Medien zu verkaufen. Da konnte man auch mit ihm connecten. Also er war durchaus auch harmlos als Reality-Star, war der Geschäftsmann. Aber dadurch, dass er regelmäßig bei den Leuten im Wohnzimmer saß, haben sie gedacht, sie kennen diesen Menschen, zu ihm haben sie Vertrauen. Er hat riesen Unterhaltungswert, er ist wahnsinnig witzig. Und die fanden den dann einfach super. Und manche Szenen bei der Dokumentation haben es gar nicht in die Endversion geschafft, die am groteskesten waren. Also z.B. Frauen, die sofort geschrien haben, Trump, we love him, we love him. Und die sitzen da in einem Haus, wo die Mäuse durchlaufen. Und also wirklich das Grauen. Und es kommt gar nicht, es ist eine reine emotional gesteuerte Beziehung. Und Donald Trump kann das auch besonders gut bedienen. Wie schauen Sie jetzt darauf? Sie haben diese Dokumentation gemacht, nachdem Donald Trump zwei Jahre Präsident war. Was verändert sich gerade im Land? Es hat sich wenig verändert. Man muss sagen, schockierenderweise, wenn Corona nicht gekommen wäre und Donald Trump so ein unglaubliches Missmanagement betrieben hätte, dann hätten seine Chancen durchaus wesentlich besser gestanden, gewählt zu werden. Jetzt macht er ja Propaganda mit der angeblichen Wahllüge, dass Biden ihm seine Wahl gestohlen hat. Da werden noch mal die Fronten verhärtet. Also ich würde nicht ausschließen, dass er in drei Jahren noch mal gewählt wird. Und davor habe ich auch ganz große Angst. Sie haben es eben schon mal gesagt, Ihr erstes Buch ging um die Superhubs, die sogenannten, also die Finanzelite. Jetzt beraten Sie mit Ihrem Strategieberatungsunternehmen auch genau diese Menschen. Konnte da überhaupt etwas drinstehen, was die nicht gerne gelesen haben? Also sagen wir mal so, diese Menschen sind den Umgang mit den Medien gewohnt. Die wissen auch, dass sie negativ zum Teil, dass über sie berichtet wird, dass Journalisten das auch machen müssen, wobei ich keine Journalistin bin, aber um ein glaubhaftes Porträt zu liefern. Und ich habe auch keine nicht öffentlichen, vertraulichen Informationen genommen, also über die Familie oder Klatsch, der mir zu Ohren gekommen ist, sondern wirklich auch öffentlich verfügbare Informationen. Und ich habe da keinen Gegendruck bekommen. Im Gegenteil, die fanden das Buch hervorragend und haben es zum Teil dann auch explizit empfohlen. Dennoch haben Sie ja gesellschaftskritisch über diesen Teil, die Finanzelite, gesprochen. Wie kam das an? Im Grunde genommen unterschreiben die das und sagen, ja, wir sind Teil des Systems, wir sind Teil des Problems, wir tun innerhalb unserer Möglichkeiten, was wir können. Das kann man natürlich skeptisch betrachten, aber wir können das System nicht verändern. Und solange wir drin sind, benutzen wir uns dessen. Sie berichten von der Wall Street, sind Finanzexpertinnen, haben über die Finanzelite und deren Netzwerke geschrieben. Und jetzt haben Sie sich an das Thema künstliche Intelligenz gemacht und sagen, das wird unser Leben radikal verändern. Stellen Sie in Ihrem Leben aktuell Veränderungen schon fest? Ja, also ich denke, viele der Veränderungen betrifft uns alle, aber wir bekommen sie nicht so richtig mit, weil sie schleichend verlaufen, schrittweise und dann auf einmal ist eine große Veränderung da. Also zum Beispiel das Outsourcen von Angestellten ist ein großer Trend, den viele Großunternehmen, wie vor allen Dingen die Tech-Unternehmen, aber auch UPS und viele Banken, Federal Express und so weiter, 50 Prozent der Angestellten sind nur noch auf den Zeitarbeitsverträgen. Das heißt, es gibt keine berufliche Sicherheit mehr. Sie sind für ein Jahr vielleicht angestellt oder ein Projekt, was ein paar Monate dauert. Es gibt keine Sozialleistungen dafür in den USA. Das heißt, jeder ist im Grunde genommen dann selbstständig. Und das Ziel ist, alle diese Angestellten letztendlich outzusourcen bis auf das Management. Ein schleichender Prozess. Sie sind Rechtsanwältin. Gibt es so etwas auch in Ihrem Bereich? Stellen Sie das auch fest? Ja, es gibt ein sehr interessantes Experiment, was an der Columbia-Universität durchgeführt worden ist. Da hat man fehlerhafte Verträge Maschinen und Menschen vorgelegt. Und die Maschinen haben 95 Prozent der Fehler gefunden, Menschen immerhin 88 Prozent. Aber der entscheidende Unterschied war, dass die Maschinen dafür 22 Sekunden gebraucht haben, während Menschen 90 Minuten gebraucht haben. Das heißt, man sieht, Maschinen sind schneller, zuverlässiger. Und das sieht man in allen Bereichen. Auch Ärzte arbeiten immer mehr mit Computern. Computer können Millionen von Diagnose-Szenarien innerhalb von Sekunden durchgehen. Das kann ein Arzt nicht machen. Also in vielen verschiedenen Bereichen sehen wir diese Entwicklungen. Wobei man da natürlich auch widersprechen könnte und sagen könnte, na ja, das ist eine Entwicklung, die wir sowieso seit der industriellen Revolution erleben, dass Maschinen einfach weniger Fehler machen als die Menschen. Also wo ist die radikale Veränderung? Die radikale Veränderung lag einmal zunächst schon in der Digitalisierung, dass viele manuelle Tätigkeiten, Fließbandarbeiten automatisiert wurden. Das kennt man ja, diese Bilder auch. Aber was jetzt hinzukommt durch die künstliche Intelligenz, das heißt, Maschinen lernen selbstständig, das Supercomputing, also Quantumrechner, Hochleistungsrechner und das Zusammenkommen von noch anderen Technologien, wie zum Beispiel Biotechnologie. Das heißt, das potenziert diese Entwicklungen. Das macht Quantensprünge. Das heißt, es geht auf einmal viel schneller. Man muss allerdings sagen, jede industrielle Revolution hat netto im Endeffekt mehr Jobs gebracht, obwohl die Menschen immer Angst hatten, dass sie wegrationalisiert werden würden. Aber diese Revolution, die wir gerade durchmachen, ist doch grundlegend anders. Ihr Credo ist, sich jetzt genau dafür, Zukunft sicher zu machen. Und da sagen Sie, ja, es gibt so Klassiker, Karrieregrundsätze, die gelten immer noch. Aber es brauche neue, innovative Vorgehensweisen. Haben Sie mal ein Beispiel dafür? Ja, also das fängt damit an, dass man, ich sage, im Grunde genommen, müssen nicht nur Unternehmen innovativ sein und sich disrupten, also hinterfragen und neu aufstellen. Auch wir selbst müssen das tun. Das heißt, dieser Glaube, dass wir eine Karriere haben, von jetzt bis zum Lebensende, diesen Glauben können wir schon mal über Bord werfen. Post-Millennials, also Menschen, die jetzt, die um die Jahrtausendwende geboren wurden, werden wahrscheinlich bis zu 15 Mal über die Dauer ihres Berufslebens den Job wechseln. 60 Prozent der Jobs, von denen Sie in Ruhestand geben, die gibt es noch gar nicht. Und ein Drittel der Fähigkeiten, die für Sie relevant werden, sind jetzt noch gar nicht wichtig. Das heißt, also die Halbwertszeit von Wissen ist auch viel kürzer. Wir müssen ständig dazulernen und flexibler werden. Also Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, aber die wird ja auch schon seit Jahren eingefordert. Gibt es auch da noch mal eine radikale Veränderung? Ja, ich denke, im Grunde genommen, also der Staat wird nicht mehr so für Sicherheit sorgen können und Arbeitgeber auch nicht mehr. Früher gab es mehr ein Loyalitätsverhältnis, dass Unternehmen auch eine gewisse Verpflichtung verspürt haben, für Arbeitnehmer da zu sein. Also auch wenn die wegrationalisiert wurden, hat man vielleicht Umschulungen finanziert und so weiter. Das wird alles wegfallen. Das heißt, man muss mehr Eigenverantwortung übernehmen. Aber ich sage im Endeffekt auch, dass alle Umbrüche auch Chancen geben. Natürlich sind das Herausforderungen, das wird schwierig sein. Aber wie wir mit dieser Veränderung an sich umgehen und das zu unserem Vorteil dieses Blatt wenden können, das habe ich versucht darzulegen. Sandra Navidi in SWRs Leute. Sie beraten die Vorstands- und Geschäftsführungsebene internationaler Firmen. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie wichtig es für eine Marke ist, was Menschen über sie sagen, wenn sie nicht im Raum sind. Wie ist das? Haben Sie sich wahrscheinlich bei der Recherche dann auch Gedanken gemacht. Was sagen Menschen über sie, wenn sie nicht im Raum sind? Naja, also wenn man etwas in der Öffentlichkeit steht, dann weiß man ja oft oder bekommt man sehr viel Feedback. Nicht nur Positives, auch Negatives. Aber ich glaube, schwieriger ist das für Menschen, die einem ganz normalen Job nachgehen. Im Grunde genommen bedeutet Marke oder ist Marke das Wort Neudeutsch für Ruf. Das gab es ja immer schon. Aber heute durch die sozialen Medien und das Internet überhaupt, ist man eben transparenter. Man hat eine Präsenz und die sollte man auch dann versuchen zu orchestrieren, also zu lenken selbst. Jetzt ist nur nicht Selbstdarstellung jedermanns Sache. Da kommt ja dann ein Problem auf, damit man dann nicht als großer Selbstdarsteller in eine Ecke gedrängt wird. Wie lässt sich da also gut vorgehen? Sie nennen das dann Ich-AG. Was ist darunter zu verstehen? Ja, also diesen Begriff hat jemand anders mehrere Jahrzehnte vor mir schon geprägt. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf das Umfeld an. So ganz pauschal kann man es nicht beurteilen. In Deutschland steht man dem Konzept skeptischer gegenüber. Die Amerikaner können sich sehr gut verkaufen. Das ist zum Teil auch schon übertrieben, dieses Eigenmarketing. Also es ist ein feiner Grad, den man da treffen muss, dass man selbst darstellt, was man macht. Weil egal, wie gut man ist, es spielt keine Rolle, wenn niemand davon weiß. Und es ist ja auch nicht nur so, dass man sich aufdrängt, sondern viele Leute, also ich zum Beispiel möchte vielleicht wissen, was andere Leute überhaupt machen, weil ich das interessant finde und dann eben das Buch kaufen möchte oder den Service in Anspruch nehmen möchte oder die Ware erwerben möchte. Also von daher ist es für beide Seiten eigentlich ein nützlicher Mechanismus. Personal Branding heißt das dann. Wie haben Sie das in Ihrem Leben verwendet? Also Sie sind jetzt hier im Studio gewesen, haben auch Fotos gemacht, die landen dann anschließend irgendwo, um damit auch ihre Marke zu etablieren. Ja, bei mir ist es eigentlich relativ organisch passiert. Ich bin seit zwei Jahrzehnten, wie Sie sagten, in den USA. Am Anfang gab es das eben auch noch nicht so. Das ist mit der Zeit gekommen. Ich bin selbst auch natürlich hier sozialisiert worden, aufgezogen worden, zur Bescheidenheit erzogen worden. Das war für mich ein Lernprozess. Teilweise ist es mir immer noch unangenehm. Manchmal macht man vielleicht auch zu viel. Man muss es halt ausprobieren. Bei Jüngeren, die YouTuber sind, gehört es zum Geschäft mit dazu. Also ich glaube, das muss man ein bisschen probieren. Ja, da ist dann die Gratwanderung immer das Schwierige und das richtige Maß zu finden. Und trotzdem etablieren Sie Ihre persönliche Marke. Das ist ja ein Rat, den hat es im Grunde schon immer gegeben, oder? Ja, genau. Aber ich glaube, ganz besonders wichtig ist es auch für Frauen. Also einmal grundsätzlich, wir leben jetzt in einer Aufmerksamkeitsökonomie, eine also wissensbasierte Wirtschaft. Und auch die Konzerne, alle buhlen um Aufmerksamkeit von Endverbrauchern. Die menschliche Aufmerksamkeitsspanne ist streitig, wie lang die ist. Aber sagen wir, sie ist circa acht Sekunden. Das heißt, jeder will Klicks haben, ob das ein Siemens ist oder was auch immer. Der Tante-Emma-Laden um die Ecke. Das heißt, man muss versuchen, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dazu müssen einen die Leute erst mal kennen. Und gerade Frauen neigen dazu, ihr Licht unter den Schäffel zu stellen. Und die sollten eigentlich ganz besonders daran arbeiten, sich zu etablieren, auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Wir wollen die Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer angehen. Aus Hohentengen hat uns Otto Stock geschrieben und möchte wissen, wer oder wie kommt man in einen Aufsichtsrat? Und warum kann ein Vorstand problemlos in den Aufsichtsrat? Wechseln? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist sehr schwierig, dort hineinzukommen. Das liegt vor allen Dingen an den etablierten Netzwerken von Menschen, die dort schon seit ewigen Zeiten sind. Und die berufen dann typischerweise andere hinein, die sie auch aus anderen Netzwerken kennen. Wenn wir uns das in Deutschland anschauen, in Amerika ist das ganz ähnlich, sind das ja immer wieder die gleichen Köpfe. Deswegen sind auch noch immer viel zu wenig Frauen dort vertreten. Und im Hinblick, was war die Frage? Und warum kann ein Vorstand problemlos in den Aufsichtsrat wechseln? Ich meine, wenn die Regeln so sind, werden sich diese Netzwerke immer bemühen, andere in ihrem Kreis drin zu lassen, auch ihnen Gefallen zu tun, weil man investiert ist auch in die anderen durch eine lebenslange Beziehung von Sozialkapital, was man gegenseitig ineinander investiert hat. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu disrupten, um auch diese Aufsichtsräte diverser zu machen, ethnisch, vom Geschlecht her, vom Alter, vom sozioökonomischen Hintergrund, weil diverse Aufsichtsräte oder Management produzieren immer bessere Ergebnisse. Ja, und dann möchte ich noch wissen, und warum verdienen Sie bei so wenig Arbeitszeit so viel Geld? Das liegt dann wahrscheinlich genau auch an diesen Strukturen. Genau, da kann man auch fragen, warum jetzt zum Beispiel auch in den USA CEOs, also Geschäftsführer von großen Konzernen, 300 oder über 300 Mal mehr verdienen als der durchschnittliche Arbeitnehmer. Das kommt, weil die, die am nächsten am Geld sind, natürlich dann das auch zu ihrem Vorteil, muss man auch sagen, nutzen. Schauen wir auf die Strukturen, denn das sind doch dann meistens eine Eintrittskarte für so ein Netzwerk, ist doch meistens eine Elite-Universität in den USA, oder? Genau, das zum einen, und auch ganz interessant, das habe ich auch im Buch dargestellt, dass zum Beispiel, wenn man auf der Stanford-Universität war, selbst für das abwegigste oder die abwegigste Start-up-Idee Millionen einsammeln konnte, einfach durch die Netzwerke, die man hat. Und wenn man eine gute Geschäftsidee hatte und vielleicht auch technisch begabt ist, wenn man nicht in diesen Netzwerken drin ist, dann kommt man nicht an das Geld dran. Deswegen landen da auch viele Ideen, schlechte Ideen auf dem, sozusagen auf dem, wir sagen auf Englisch, auf dem Friedhof der schlechten Ideen. Ja, zur Arbeitswelt möchte Markus Niemann aus Esslingen wissen. Der schreibt nach seiner Wahrnehmung, hat Burnout in den vergangenen Jahren zugenommen. Und wenn Sicherheiten in Zukunft wegfallen, wie Sie es prognostizieren, sieht er die Gefahr steigender Burnouts. Wie sehen Sie es? Ja, das ist tendenziell richtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns von Anfang an mental darauf einstellen. Und das versuche ich auch darzustellen, wie man das macht, wie man seine Resilienz erhöht, wie man auch ein bisschen, natürlich wir alle haben Angst vor Veränderung, weil das bedeutet Unbekanntes, Unbekanntes evolutionär betrachten wir als Gefahr. Wir wehren uns instinktiv dagegen. Aber wenn man eben realisiert, dass man aus diesen Umbrüchen auch Chancen machen kann. Wir haben es bei der Pandemie gesehen, da mussten viele Unternehmer in den USA, ich habe Beispiele aus den USA, sind sie in die Veränderung gedrängt worden. Leute haben auf einmal völlig andere Tätigkeiten vorgenommen, aus der Not heraus und sind wahnsinnig erfolgreich geworden. Diese Chancen hätten sie nie wahrgenommen, wenn die Krise nicht eingetreten wäre. Und so glaube ich, dass wir auch zum Beispiel durch die Klimakrise oder durch die Pandemie, dass sich da viele Chancen auftun werden. Sie haben über die Finanzelite geschrieben, deren Netzwerke. Wir hatten eben über die Elite-Universitäten gesprochen. Die gelten ja so als Eintrittskarte fürs Netzwerk. Peter Thiel, Investor und Unterstützer Donald Trumps, warnt seit Jahren vor einer Finanzblase durch die Universitäten, weil er sagt, die Amerikaner haben mehr als 1,5 Billionen Dollar Studienschuld. Sehen Sie das auch als Finanzblase? Es ist sicherlich eine Gefahr. Es gibt Bestrebungen von den Demokraten, Studentenschulden zu erlassen. Die Republikaner wehren sich dagegen. Genauso kann man aber argumentieren, dass auch zum Beispiel Unternehmensschulden eine große Gefahr sind, weil die sind im Nachgang der letzten Finanzkrise durch die Geldschwärme sehr leicht an Kredite gekommen, die sie zum Teil gar nicht hätten bekommen sollen, aufgrund der Business-Modelle. Bei Peter Thiel würde ich sagen, er betrachtet Ausbildung und Schulausbildung sowieso sehr kritisch. Man kann auch sagen, eigennützig. Er sagt, Leute sollen nicht auf die Uni gehen und gibt ihnen Geld, damit sie das nicht tun. Also das würde ich mit Vorsicht genießen. Was für eine Motivation steckt dahinter? Also es gibt Prognosen, die sagen, dass die großen Tech-Konzerne so unter Profitdruck und Wachstumsdruck stehen, auch nicht zuletzt durch ihre Aktionäre, dass sie irgendwann ausweichen werden und sich versuchen, zusammenzutun mit den großen Elite-Unis, weil die haben Top-Marken, die sehr viel Geld wert sind. Sie haben das Monopol, dass sie Abschlüsse vergeben und wenn sie zum Beispiel mit Harvard zusammengehen oder mit MIT oder Stanford das finanzieren, das technische Know-how geben, das würde ihre Macht nochmal ganz enorm erweitern und dann können sie nachher auch Lehrpläne diktieren und haben dann nochmal die ganzen Daten von den Studenten. Eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Ja, eine Zerschlagung dieser Tech-Firmen wird seit einigen Jahren gefordert und sie haben die Daten angesprochen, also gerade bei Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tencent, Tesla, Facebook. Da scheinen ja Daten tatsächlich die neue Währung zu sein. Darauf müssen wir uns einstellen, das wird mehr und mehr zunehmen, oder? Genau, die haben eine absolute Übermacht. Man kommt ihnen eigentlich jetzt schon kaum mehr bei. Silicon Valley hat die meisten Lobby-Vertreter in Washington von allen Industrien, haben praktisch unbegrenzt Geld und ist ein bisschen wie die Finanzindustrie vor ein, zwei Jahrzehnten. Die war auch immer einen Schritt voraus, den Regulatoren, weil sie haben sehr innovative, kreative Leute. Dem muss man erst mal nachkommen. Und bevor die Politik dann überhaupt handelt, dann hat die Finanzwelt schon wieder Quantensprünge nach vorne genommen und Entwicklungen vorangetrieben, die die Politik überhaupt nicht kennt. Ja, und wie da alles miteinander zusammenhängt, Sie haben den Blick auf die Wall Street. Berechtigte Frage von Chris aus Baden-Baden kommt da rein, denn die Bildung ist ja so ein wichtiges Thema. Warum gibt es nicht ein Schulfach finanzielle Bildung? Ja, sehr gute Frage. Ich wäre sofort dafür und ich finde überhaupt, also unser Schulsystem, Ausbildungssystem ist noch nie disrupted worden. Und jetzt, wo die ganze Welt sich... Disrupted kommt aus dem Englischen, wir müssen es immer erklären, ist noch nicht, wie würden Sie es übersetzen? Disrupted bedeutet, dass Umbrüche stattfinden, dass Industrien komplett umgewalzt werden. Also zum Beispiel die Hotelindustrie durch Airbnb, durch diese Zimmervermietung. Die Taxiindustrie durch die Uber-Driver. Das heißt, da werden Industrien komplett auf den Kopf gestellt und ausgehöhlt. Und das ist eben an vielen Ecken und Enden der Fall. Und deswegen sollte unsere Ausbildung eigentlich auch daran angepasst werden, denn die erscheinen mittlerweile sehr altmodisch. Und ich habe auch versucht, viele Dinge, die eigentlich ich im Buch darstelle, sollten eigentlich an der Schule vermittelt werden. Sie sind Strategieberaterin. Was ist denn so der häufigste Satz, den Sie von Ihren Kundinnen und Kunden hören? Gibt es da einen typischen Satz? Also da würde mir jetzt auf Anhieb keiner einfallen. Aber ich glaube, eine grundsätzliche Ungewissheit, auch wenn man denkt, dass sich gewisse Dinge in einer gewissen Weise entwickelt werden, dass viele Leute eben doch das Bedürfnis nach Bestätigung haben oder nach einer unabhängigen Sichtweise. Und da bin ich eben extern und in Übersee und habe eine transatlantische Perspektive. Ja, Sie stellen Karl Lagerfeld so lobend heraus, der immer offen war und für neue Dinge bereit. Inwiefern ist eine Neugier hilfreich, um sich auch für das digitale Zeitalter aufzustellen? Sie ist unerlässlich. Es ist wichtig, dass man immer über seinen Tellerrand hinausschaut, auch in Gebiete, mit denen man vielleicht nicht direkt beruflich zu tun hat. Wenn man das einmal anfängt, vielleicht auch gewisse Dinge nicht kennt. Also zum Beispiel, ich habe auch ganz früh immer den Wissenschaftsteil in der Zeitung gelesen, auch wenn ich nichts davon oder wenig verstanden habe und nichts darüber wusste. Einfach um dazuzulernen. Und mit der Zeit entwickelt sich diese Neugier weiter fort. Denn was unerlässlich in der Zukunft auch sein wird, ist die Fähigkeit dazuzulernen. Und auch für Arbeitgeber, dass sie sehen, da ist jemand, der hat ein Interesse daran, von sich heraus sich weiterzubilden. In der Familie gab es, glaube ich, den Wunsch, dass sie Ärztin werden sollten. Sie haben sich dann mit Jura durchgesetzt. Und dann habe ich darüber gelesen, zum Basketball mussten sie sich in Mönchengladbach damals immer noch rausstehlen. Warum das? Ja, weil das Interessanteste, Aufregendste damals in Mönchengladbach war das britische Hauptquartier, also der britischen Soldaten. Und die haben dort Basketball gespielt. Das war in einem kleinen Wald, im Harter Wald. Und dann bin ich dort hingefahren. Das war natürlich wahnsinnig interessant. Das war, als ob man in einen James-Bond-Film eintritt, eine andere Sprache. Ich habe dort mein Englisch und Sicherheitspolitik mich informiert. Also es war toll. Und es gibt eine schöne Anekdote über Sie, dass Ihre Großmutter Ihnen wohl immer ein Buch unter das Kopfkissen gelegt hat, mit dem Gedanken, ach ja, am nächsten Morgen landet dann all das Wissen aus dem Buch im Kopf. Ihre Großmutter wäre doch jetzt wahrscheinlich sehr stolz auf Sie. Ja, das war eine sehr süße Tradition und gar nicht so abwegig, wenn man heute in Silicon Valley schaut. Denn dort arbeitet die Wissenschaft bereits daran, dass Wissen aus dem Gehirn in Clouds hochgeladen werden, dass man Dinge von dort direkt ins Gehirn downloadet. Die ganzen großen Konzerne haben, also Google DeepMind zum Beispiel oder auch Elon Musk hat eine Firma und Facebook auch, die sich mit der Schnittstelle von Maschinen und Gehirnen befassen. Und ich glaube, da wird es auch noch mal Quantensprünge geben, die für uns als Endverbraucher und auch als einfach Menschen in der Gesellschaft nicht ungefährlich sein werden. Ja, es gibt ja auch erste Cyborgs inzwischen schon. Wenn Sie auf diese Entwicklungen gucken, es ändert sich ja gerade auch sehr viel im Silicon Valley. Ich glaube, da geht man inzwischen auch in andere Bundesstaaten. Was tut sich da gerade? Also ich glaube, Silicon Valley hat so einen Entwicklungsvorsprung, der ist kaum mehr aufzuholen. Und die Leute sind einfach unabhängiger. Die Arbeitnehmer, da haben sie Mitte Zwanziger, die in künstlicher Intelligenz arbeiten, die ein Einstiegsgehalt von einer Million Dollar haben und mehr. Die sind natürlich jetzt unabhängig und sagen, wir wollen nicht mehr in Kalifornien, wir wollen eine andere Lebensqualität. Da gibt es auch Zeitgeist und Trends, wo jüngere Leute gerne dann hinziehen, gerade auch während der Pandemie. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass Silicon Valley nicht mehr so die Hauptstadt ist, sondern dass sich das auch weltweit stark verlegt, dass es auch andere Zentren gibt, nicht mehr früher nur wie Bangalore in Indien und so, sondern überall. Also da sind viele Dinge in Bewegung. Sie sind jetzt seit 20 Jahren in den USA. Wie blicken Sie aktuell auf die Entwicklung? Ich bin extrem besorgt. Erstmal war ich erleichtert, dass Trump nicht noch eine Amtsperiode gewonnen hat. Aber das heißt nicht, dass er nicht nächstes Mal antritt. Und selbst wenn er nicht persönlich drankommt, dass der Trumpismus nicht weiterlebt, da sieht man ganz eindeutig faschistische Tendenzen und Spalterische, die nicht ungefährlich sind. Sie propagieren Gewalt, auch Waffengewalt. Gerade hat wieder eine QAnon-Abgeordnete, also diese QAnon-Abgeordneten, halten zunehmend auch Zugang zum, sie werden gewählt in den Kongress. Und sie sagte gerade also, wenn jemand an Krankenhauspersonal zu ihrer Tür kommt und ihnen eine Impfung anbietet, dann soll man ruhig von seinem Waffenrecht Gebrauch machen. Und diese Meldungen häufen sich immer mehr. Also ich bin besorgt. Wie schauen Sie für sich selbst darauf? Sie haben einmal die Heimat Mönchengladbach und dann New York. Überlegen Sie sich auch irgendwann zurückzugehen nach Deutschland? Vor Trump ist mir das überhaupt nie in den Sinn gekommen. Aber ich muss natürlich schon sagen, dass ich immer sehr fundamentale Krisen direkt im Herz miterlebt habe. Ob das 9-11 war, dann auch die Finanzkrise, die spielte sich ja in der Hauptsache auch in New York als Hauptstadt ab. Und dann auch die Pandemie war gerade in New York auch sehr traumatisch. Und diese Trump-Entwicklung, die liegt auch vielen anderen zugrunde. Und ich glaube, das ist so das Operating-System der Gesellschaft, welche politische Kraft da am Werk ist. Und das ganze System ist eigentlich nicht funktional. Wir haben zwei Parteien. Und immer, wenn die andere drankommt, kann sie das von der vorherigen über den Haufen werfen. Also das ist sehr instabil. Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWNs Leute. Vielen Dank, Frau Köster. Viel Spaß gemacht. Vielen Dank.